Geht das? Glaub ich. Oh, warte, das geht? Oh, fuck, ey. Boah, wie viele Eifer da nur sind. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Fuck Off hier. Und ja, wir haben, wir lassen uns die Farben so gesichert zumindest. Ist zwar so gut wie alles verbrannt, aber hey, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist abgebrannt oder so. Und in diesem Fall werden wir uns mal um A kümmern, das heißt Amita. Die hatten schon Questen für uns. Ich würde sagen, dann begeben wir uns jetzt mal hin. Aber ich würde gerne hier oben. Zumindest mal diese Kiste mitnehmen. So ist die eine Kiste da oben. Und wo kommt der Heli noch da aus, die wir da so geparkt hatten, ne? Old Money. Ja, okay. Ich hoffe, es gibt irgendwo den Hubschrauber noch. Ähm, ja, aber die Frage. Wir kommen ein bisschen orientieren. Seitens ist das Tor. Das heißt, wir kamen von da oben. Okay. Ich bräuchte auch mal Muni und sowas, aber hey, egal. Ähm, so, von hier oben. Und dann hatten wir hier unsere Heli geparkt. Ist er noch da? Nein, er ist er noch da. Ähm, nein, er ist er nicht. Aber für jemand anderes. Warte mal. Äh, mir meldet einer. Da, 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 da. Ach, ein Skills. Ähm, okay. Nein, das ist natürlich nicht. Da kommt er. Na, da, da, da ist ein Töten. Ist leer, okay. Schlecht. Ist er da irgendwo? Na, wenn man trifft, ist sehr gut. War die Heli weg. Das ist schon mal schlecht. Dann heißt, wir müssen da lang fahren. Ähm, da steht irgendwo ein Auto. Also, ich habe auch mal zurückzulatschen. Ist der? Und wo muss ich jetzt noch? Blut, da, Blut. Das ist, was darfst. Ja, na, das ist jetzt aber ungünstig. Was sind denn der Sternen schon wieder? Ich habe die Hauptquellen. Ah, ich weiß, es ist doch nicht. Der Stern ist... Irgendeine Mission. Ich möchte auch hier mal zum A. Was? Wir müssen das doch weiterkommen. Blut, tut mir leid. So. Ach, und hier kommt auch gerade mal ein Munition aufhören. Das war echt perfekt. Jetzt egal, wie teuer das ist. Ich will irgendwie mein Granatenerfahrt. Alter, ich bin... Flammenwerfer? Ich will den Flammenwerfer weg. Aber das bringt so viel. Oh, das ist das würde ich gerne den Granatenerfahrt haben. So, aber geht ja nicht. Ach, wir lassen es mir so. Ist es jetzt scheißegal, ganz ehrlich. Komm. Was hier? Das ist immer so gut wie da. Ich habe mal das Auto und los geht's. Ach, du Scheiße. Okay. Kann man in die Musik einlaufen. Ist der Gott. Weil, im Kurp haben wir die mal ausgemacht gehabt. Oh, oh. Nee, nee. Nee, ich fahle, ich fahle, ich fahle, ich fahle. Das ist doch dein Leben. Das ist doch dein Leben. Die Leute müssen wasser in den Kartonskappen. Und habt ihr euch mal überlegt, ob die Dosen? Wahrscheinlich müssen die Wasserenergie-Skalle holen und dann sich über den Kopfkippen. Wie die Dier. Nicht gut. Danke für das Auto. Aua. So, wenn ich war eh fast da, war hey, egal. Ach, das ist eigentlich vorne, okay. Wie kommen wir denn da hoch? Warte mal. Man. Wie kommen wir denn da hoch? Wir fahren jetzt da hin und dann kommen wir da rechts hoch. Okay. Auto-Drive. Na Spaß. Super-Radio. Ich rede von den festlichen Medien. Wir sitzen hier im Führer, mitten in einem wachsächten Bürgerkrieg und man findet nicht einen einzigen Berichter über Exploder. Geht uns nicht dies. Ein Top-Affärbe-Banner oder sowas. Kein Mensch da draußen kürt sich einen Dreck um unseren Kopf. So, wir sind da. Oh, jetzt ist ein Blick. So. Morgen. Wenn man jetzt mal an, was sich das zu sagen hat. A.J., du weißt ja gar nicht, was diese Felder für Kürats Zukunft bedeuten. Vorräte, Waffen, Munition, Fahrzeuge, alles, was der goldene Pfad braucht, um Paganin zu bekämpfen. Ich war mir bei dir nicht sicher. Beim ersten Mal in Banapur sah ich nur Sabal und seinen Schoßhund. Aber du bist kein Schoßhund, oder? Jetzt weiß ich, wozu du fähig bist. Du hast so viel verändert. Ich hab alle Klang schon mal angenommen, hallo? Du hast Kürat nicht vor dem Krieg gesehen. Ich war sechs Jahre alt, als meine Eltern mir sagten, wem ich heiraten soll. Das ist die Welt, die Sabal anstrebt. Er will uns zurück ins Mittelalter führen. Aber du und ich? Wir sind ein gutes Team. Und jetzt brauche ich deine Hilfe beim Schutz der Statuen von Kürat. Ich versuche, sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Okay. Jo, machen wir mal was. A.J., es bedeutet mir viel, dass du mich unterstützt. Hm, dann wollen wir mal diese Statuen beschützen. Okay. Wir wollen da irgendwie hingehen. Wo ist denn das? Ach, sag ich mir in der Nähe. Immer wieder ein Quatsch, lange her. Ich verkack's euch voll, ich muss mal schauen. So, also ein paar Statuen beschützen. Das sollte man eigentlich schaffen. Und das ist wie auch wieder vorne oder oben auf dem Felden. Ey, ich war falsch. Du warst? Nicht verarschen. Ne. Aber ich war eigentlich hier, einen Apfel zu nehmen. Hat aber nicht geklappt. Naja. So. War noch mal so, Alter. Du darfst man, ey. Was ist denn hier los? Ach, du Scheiße. Was ist denn hier für eine Strafe? So, einmal hier hoch, bitte. Ja, wo geht's eigentlich Auto-Tour? Ne, ist das scheiße. Ohne viel, viel cooler. Schiff ist halt immer so rennen gewöhnt oder schneller fahren. Das hat immer Auto-Tour. 1, 2, 3, 4, 4. Hui. Ähm, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ankelewaler. Geht's eigentlich. Ist das feistlich? ich weiß nicht 17550 ist gut ich bin eigentlich rein warte es geht wie viele einfach nur wenn das war nicht geplant zeit zeit immer schlecht schlecht alter die einfach wegkommen ich hoffe ich hab das kühlt schon gemacht aufer ging oh shit das ist erst mal der sniper holen ok stopp mal wo ist der sniper ja kommt man nicht ne bekomme gar nicht ich verschwinde nur meine Muni wie lauten einmal gehen rein hoffen schauen wir das ne war einfach nur das fick das oh fuck, ich bin verstorrt oh steht euch noch mal am Mauer dran wir konnten ihn nicht töten weil das zuhört weg war vielleicht war auch noch ein Gun oder so bort, aber wir müssen nicht sehen sooo auch eine schöne Statue wir halten es erstmal gemütlich hoch wir haben noch ein paar Minuten das geht hoff ich ich möchte mal markieren da oben hatten sehr geil juch los ich muss ein bisschen beeint glaube ich vielleicht auch okay mach doch mal oh cheat warte schon wohin auch okay kommen wir alle drinnen legen wir sind egal ein Fässer, Fässer ist immer schlecht eigentlich oder? wir können ja explodieren und so also schlecht bei uns, gut bei den Gegnern man sich jetzt aber das auch schon auseinander genommen oder? ich weiß nicht kommt es immer auch so schnell nachladen um fast die Zeit um fast die Zeit alter hab ich mir echt gedacht wir brauchen so lange? das ist ein Sniper will ich nicht wir sind hier aber hier liegen überall Leichen wir sind gleich da oh oh nicht gut wir kommen naja gut wir stehen einfach runter hier über den Pfeffer ich hoffe das ist kein Fehl der Waffe weg zu geben ich hoffe das ist kein Fehl der Waffe weg zu geben alter die ist übelst geil ähm ich kann es da ansogen verarschen verarschen der wackelt von rum achten schon im schütten bis der schiff schalten oh mann ich bin voll schlecht da drin will ich damit ein Sniper jetzt hier ok ok Sniper geht in Ordnung bin ich gut mit Snipern aber egal da kommt einer hoch da kommt einer hoch ah ein Hammer wie viel ist einfach los ok das ist scheiße sorry aber wir sind viel zu nah dran auch wenn es ein Hammer geil ist wir sind schon auf dem Weg bumm was pfff schlecht wir haben doch irgendwo noch wo die ganze Fässer hin skecht auf jeden Moment durch ja auch ist nicht gut äh nicht gut da kommt Hele an ja da kommt Hele an aber ich will nicht selber auswählen. Ah, auswählen meine ich. Da komm ich wieder heute hoch. Da ist noch ein Fass. Wo ist denn der? Schon Toten reden noch weiter, auch gut. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Oh, hab ich ja gar nicht gesehen. Du musst bis auf die Map achten. Was, was? Nicht gut. Fuck, Spaß. Bleib nach! Wo? Alter, so scheiße, ey! Ey, ich kann nichts machen, ey. Wirklich. Ich kann nicht schießen, nichts. Aber vom Waukaner denn? ich hab voll draufgeballert, er hat nicht gestorben, der Arsch, wisst ihr? und der Heli hab ich, ja gut, ich hab ich eine Muni gehabt und dann hat er sich so scheiße rumgehalten und dann kann ich nichts machen und dann muss er auch mal nachladen, alter okay, das schafft man er hat jetzt ein Leibang, nicht runterfallen kann ich irgendwie ranzoomen? er hat nicht tot, genau, alter probier mal, die Wartmögliche wegzuhalten hätte er rein können kennt er schon gut an, ja fuck, da noch viele, ey schon leicht übertrieben, oder? so ey, sterben will die nicht sterben? okay, ist mir egal, ich bin die andere Opfer wieder oh, bäh, das muss ich machen na komm Arsch na komm na komm hey, ich bin die Arsch ey wieviel damage ich machen na 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 halt doch bitte bisschen schneller kein Chance ich lebe noch? da schließen wir eigentlich also Ubertrieben. Oh, Alter. Ich habe mich wieder tot. Nicht wieder. Wir hätten da gerade so übertrieben. Wichser. So, nachladen jetzt. Go. Ich muss auf den ersten Heli vorbereiten. Oh, nicht gut. Warum hat die Waffe geweckert? Warum wechselt der die Scheiß-Waffe? Was er behindert? Oh, fuck, Hedy. Mann, warum hat der die Waffe geweckert? Das ist der Behindert. Das hält ich immer schneller, Alter. Ist nicht sonntags. Und wo, Alter? Alter, sind alle hier oben, ja? Scheiße, die Hedy haben mich voll abgehalten. Lenkt wieder. Schon wieder. Einschutze, ich bin eh weg. Das ist einfach, wenn wir mich töten. Was? Alter! Gut, reißt das mal nicht. Wie viele noch da oben sind, Alter. Aber halt schneller. Wir, hinterher bekommt einer. Den bekommt natürlich auch einer. Kann ich nachladen. Geht das nicht. Oh, nein, der Heli. Wo kommt man? Wo kommt man? Ja, durch die Mauer, du ist, Alter. Die Fresse, Mann. Ich soll mich auch nicht voll entschießen. So, noch ein weiterer. Das ist schon noch der Heli. Da unten ist noch so ein Typ. Wie soll man das denn machen? Der Arm. 100%. Ich gehe jetzt natürlich voll gerade runter. Sind alle behindert. Ich glaube, wir müssen noch irgendwas mit den Arm da machen. Ich kann mir das vorstellen. Schauen wir mal. Weil hier kann man auch so geil hochgehen, ne? Oh, Mann, aber eben echt ein bisschen verkackt gerade. Tut mir leid, Leute. Ich werde jetzt noch ein Muni nehmen sollen. Oh, mein Gott. Ja, es bleibt jetzt nicht noch mal Zeug. Leider. So. Ne, warum da will ich nicht? Ach, wir sollen hinterher laufen oder was? Nee. Ja, gut, ne? Dann machen wir das mal. Ah, wir sollen hinterlaufen oder was machen wir das auch? Ah, das ist ein Felsbrocken. Hm. Ja, schon. Du hast vorsichtig hier lang, ohne runterzufallen. Wie geht das? Ach, du Scheiße. Was? Da, 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 da können wir uns doch draufstellen und nebenhin das? Oder auch nicht. Wie kommt der nächste? Oh. Ach, du musst da ganz hoch, glaube ich. Okay, das ist aber ungünstig. Ja, gut, aber auch noch mal, ne? Wir kennen ja den Weg. Wir werden doch hier mal eine Folge fertig machen. Ich hoffe, die Aufnahme bricht sich nicht ab. Weil ich wieder mit knapper Festplatte aufnehme, ne? Also ich habe fast vollbaum mit der Schadenbuch, komm mal, alter, ein kleines Stück da. Komm schon. Brumm. Ich laufe nicht so langsam rum. Und das hier. Okay, ich bin raus, aber egal. Halt noch mal, gehen jetzt hier hoch. Geh jetzt hier hoch. Ich bin jetzt da hoch. Wie kriegst du denn mit? So, laufe mich hoch. Sind hier schon mal zackers reingelaufen? Super. Geh da hoch. Bleib nicht, ich bin jetzt hier hoch, nichts, egal. So. So, schau doch gleich eine Heli, ey. Hä? Wie soll man denn gerade so lange latscht? Hier hoch oder radeinander? Ach, scheiße. Was für einen Umweg wir gemacht haben. Soll ich nach Ruhe kommen? Die sind doch nur doof. Da war es glaube ich sogar. Ich teste einfach gerade mal, Leute. Ich teste es einfach mal. Weil es sieht auch sehr vernünftig aus, ob es hier lang gehen könnte. Oh, wahrscheinlich nicht, aber ey. Zumindest ist hier eine Küsse. Wie anders. Ja, stimmt. Von hier oben warmen wir und haben immer da runtergejumpt. Okay, Leute, hat sich wieder alles erledigt. Wir gehen jetzt wieder hier runter. Okay. Also nochmal gehen jetzt hier runter, dann da lang und über. So, es geht da lang, da lang, da lang. Dann können wir hier lang gehen. Genau, es geht jetzt weiter. Also, gehen hier lang. Da lang. Dann ziehen wir uns hier hoch. Dann ziehen wir das hier hoch. So. Ja, schön. Dann sieht das schon mal besser aus. Dann klanten wir hier hoch. Gehen hier hoch. Just Zeppelin. Warum soll ich das machen? Ich glaube, wir müssen da warten. Oh, fuck. Aber Problem ist, wir sind ja hier, ne? Kriegt wahrscheinlich nichts, oder? Er läuft mir gerade leicht überfordert. Du könntest mit neuneinander Zock dranschmeißen. Äh? Nee? Hm. Hm, hm. Das ist aber doof. Wir haben nichts Exklusives. Du sollst die da runterbekommen. So vielleicht? Ah. Cool. Oh, sorry. Weißt du das? Oh, es muss aber laden. Boah, Alter. Die Staubwand. Da-da-da. Sieht cool aus, muss ich sagen. Weil der fliegt, ist jetzt zu spät. Aber über Funk kann ich nicht mehr sagen. Bitte komm nach Charlotte. Okay. Ich komme. Aber, erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss. Und bis zur nächsten... Äh, Steinwurf-Aktion. Bye-bye. Der dr bat. Covid man lange. Von Powell Glick. Und mit. Das merIDены hier. Um nhi reveal. Vielen Dank.